Hallo Leute und hiermit herzlich willkommen zu einer Eilmeldung. Greg Plitt galt in der Bodybuilding und Fitnessszene als einer der erfolgreichsten Bodybuilder und Fitnessmodel. Oft war er auf dem Cover von jeglicher Sportzeitung zu sehen und er hatte nebenbei auch noch eine Filmkarriere am Laufen, als er in Terminator die Erlösung die Hauptrolle spielte. Als relativ eingefleischter Fitnessfan kann ich schon sagen, dass mich das schon etwas härter trifft, wobei, naja, ich meine, er war für viele einfach der beste Bodybuilder, was die Ästhetik anging. Er hatte mit Abstand wahrscheinlich den trainiertesten Körper und die beste Disziplin von allen. Er wird vielen in Erinnerung bleiben als der beste Bodybuilder, der jemals existiert hat. Nur kurz hier mal zum Zweck dieses Videos. Ich wollte es einfach schnell und zeitnah produzieren. Ich mache das jetzt nicht, um den Hype eines Toten irgendwie zu nutzen. Einfach nur, dass das klar ist. Ich wollte hier nur mal kurz darauf hinweisen und mich dazu aussprechen. Aber vielleicht machen wir nochmal ein Video über ihn, wo wir einfach mal über ihn reden, wie damals in der Black Bodybuilder.